Ey, ey, yo, Kalle, ich hab's gleich fertig, ich hab's gleich fertig, ich bin fast durch, fast durch, ich schick's dir gleich auf WhatsApp, ja. 400.000 wurde gerade eben erreicht, hier, ich hab ne Flasche, äh, Brut d'Argent bekommen, alle, das ist ein richtig krasser Chardonnay, das ist Champagner, Champagner ist das. Champagner? Ja. Ja, ja, und wo ist mein Song? Ich krieg Champagner, aber kein Song, wo ist mein Lied, Robin, mein Lied? Ich drück gleich auf Export, ich drück gleich auf Export und dann hast du die Nummer in 5 Minuten, hast du sie. Ja, okay, was hast du denn bisher? Also, also im Part machen wir irgendwie so, machen wir so Akkorde, ähm, aber auch noch in der E-Gitarre, das, ähm, das hab ich alles schon eingespielt, das ist dann irgendwie, äh, irgendwie so, und dann kommt da, dann kommt da noch so ein Slap-Bass rein, Slap-Bass kommt auf Social Media übel gut an, äh, da, da hau ich richtig in die Seiten, ähm, und dann, ähm, dann machst, dann, dann machst du noch so ein Kazoo-Solo, in der Bridge, das, dann haben wir die Memes auch abgedeckt, und dann, äh, scratch ich am Ende noch einen rein, dann sind das, das ist richtig schön wie beim Spandauer Hart, was am Ende nochmal richtig in die Rüstung reinwumst, und dann haben wir's. Robin, das kann nicht dein Ernst sein, wir haben hier wochenlang drüber gesprochen, ich geh grad übel steil, ich werd grad richtig berührend, verstehst du das? Meine ganze Karriere, die hängt davon ab, dass der Song gut performt, der Busfahrersong, der muss in dich kommen! Ich verstehe das doch, aber du hast gesagt, bei 500, und jetzt ist 400, und vor drei Tagen war's noch bei 300. Champagner! Champagner, ich weiß, hast, hast du wenigstens mein Präsent-Cop gekriegt, Kalle, ich wünsch dir alles Gute zu den 400k, du bist mir echt ein wichtiger Kunde. Du hast mir, du hast mir nur Katzenbilder geschickt, das sind 500 Katzenbilder drin gewesen, sag mal! Oh meine Katzenmaunzi, du liebst doch meine Katzenmaunzi, Kalle! Ich lande auf der Straße, das kann ich ja erst sein! Das werden nicht so lassen, Kalle! Gucken alle nicht mehr meine Videos wegen dir, du bist schuld! Wir machen einfach noch zwei, drei Banger, und dann läuft das auch finanziell endlich bei dir! Weißt du, nach dem Spannauer Hardpass und nach dem Hyper-Hyper-Ding bist du richtig faul geworden! Du musst mir anständige Deadlines geben, und dann halte ich mich da dran, aber erst 500, jetzt 400k, wie soll ich denn damit arbeiten? Die Leute abonnieren doch lieber, als bist du auf 500.000, das kannst du doch voll knicken! Das war ein Köder, der wird niemals gebissen! Ich hab doch keine Ahnung von Social Media, du sagst 500k, ich glaub dir das! Nur weil ich jetzt innerhalb von einer Woche 100.000 Abonnenten gemacht hab, heißt das doch nicht, dass ich in der nächsten Woche nochmal 100.000 schaffe! Aber wie kann ich denn damit rechnen können? Ich mach am Tag drei Abos! Wie kann ich denn damit rechnen, dass du 100.000 machst? Scheiß Opfer, Alter! Fang an zu spielen, ich sing jetzt, wir machen den Song jetzt live! Machen wir das jetzt? Okay, okay, also auf drei! Eins, zwei, drei! Maunzi ist scheiße, Maunzi ist scheiße, ich hasse alle Katzen dieser Welt! Maunzi ist scheiße, Maunzi ist scheiße, ja ich hasse dich, ich krieg aber das ganze Geld, du scheiß Katze, Digger! Scheiß Katze, Digger! So, jetzt vertisst euch! Nee, es reicht! Und jetzt geht's!